Wir spielen wieder den Autosimulator, aber heute gibt es echte Hot Wheels, die nicht nur super schnell sind, sondern auch ziemlich cool aussehen, plus ein Event. Und damit, hey ihr meine Radauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Ebro. Hi! Hey, lass mal die Taschenlampe rausholen, ich kann sich kein Auto leisten, dann so eine Taschenlampe. Ich mach doch nur Licht auf dich. Ach so, oh ja, oh ja. Leute, es gibt ein Event und zwar hier das Hot Wheels Event. Und zwar kann man sich hier heute verdienen, den Diora 2. Ich kenn mich nicht so aus mit Hot Wheels, muss ich ehrlich sagen. Man kann hier auf jeden Fall noch eine Tarnung cashen und noch eine Hot Wheels Kiste. Wir können uns auch zum Event teleportieren. Und man kann Diamanten hier auch sich verdienen. Und mit diesen Diamanten kann man dann halt hier verschiedene Hot Wheels... Den Roger Dodger. Hey, was ist das? Kann man sich hier halt verschiedene Hot Wheels Autos kaufen. Ja, mit verschiedenen... Alter, was? Your head, die kann man sich leider noch nicht kaufen. Die kommen erst in, was weiß ich, ja in einem Monat. Aber die sind ja mega krass. Wir haben schon ein paar Diener. Ich sitze bei den Typen hier. Ciao, Ben, ich bin im grünen Auto. Wir haben selbst krasse Autos. Warte, ein Hot Wheel Auto hab ich schon. Das müssen wir testen. Und zwar hab ich das hier. Ein Hot Wheel. Genau, Alter. Den Twin Mill 3. Alter, wenn du mein Auto sehen würdest... Oh, ich komm zurück an den Spawn. Ich will nicht mehr hierbleiben. Alter, oh mein Gott. Ist das eine heftige Karre, Alter. Hä, wenn ich Turbo gehe, kommt dann da Feuer aus diesem Motor? Oh mein Gott. Evo, komm mal, Alter. Steig mal ein. Alter, ich bin auf dem Weg. Alter, das ist die krasseste Karre, die ich ever gesehen hab. Oh mein Gott, was ist... Hä, mich hat einer zu einem Race eingeladen. Kann ich einsteigen? Ich weiß nicht. Alter, musst du irgendwie aufmachen. Normalerweise muss ich der F drücken, aber irgendwie kann ich nicht. Egal, ich bleib hier. Joa, das geht sogar. Hallo. Wir treiben uns auf KMH stellen. Weißt du noch, was unser Geschwindigkeitsrekord beim letzten Mal war? Ich weiß gar nicht. Was ist mit 200? Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall mein neuestes, schnellstes Auto. Nee, ich glaub 300 hatten wir. Oh mein Gott, bin ich schnell. Alter, ich hab grad noch nicht mal Turbo gegeben. Oh mein Gott. Schade, dass du mein Auto nicht hättest. Sonst könnten wir jetzt ein Rennen machen zwischen meinem schnell... Hot Wheels, da steht Hot Wheels. Ah! Bro! Okay, jetzt Geschwindigkeitsrekord. Turbo. Ja, ich warte nach Turbo. Wir müssen erst... Wir müssen erst auf... Oh ja, ey. Oh nein, jetzt kommt eine Korbe. Das ist doof. Oh nein. Ah, wie perfekt ich die genommen hab. Ja. Ich brauch eine Geschwindigkeit, wo ich geil speeden kann. Hier ist da gut, oder? Und go. Wow. So. Siehst du mein... Siehst du, wie schnell ich bin? Äh, nee. Okay. Ich muss dafür in einem Auto sein. Oh mein Gott, Alter! Nein! Oh, ich schaff keine 400, nur 395, Alter. Oh Mann. 395, ey. Das ist so viel. Ins Wasser! Alter, das kann auch schwimmen, das Auto. Okay, nice. Wir sind auf jeden Fall sehr schnell. Wie kann ich mich jetzt hier zurücksetzen? Das ging doch hier irgendwo, oder? Das ist ja eine Fett... Oh, jetzt hab ich die hier doch mal erschaffen. Ups, tut mir leid, Bro. Äh, hab ich eigentlich noch Kisten? Nee. Mann, wie kann ich denn jetzt hier... Hallo? Ah ja. Aber so komm ich auch nicht zurück zum Spawn. Okay, wir haben noch keine Punkte für die Hot Wheels Challenge bekommen. Das heißt, wir müssen da wirklich zum Event. Ich würd sagen, wir gehen mal zum Event und checken mal aus, was das... Ah, okay, warte, warte, warte. Mega Ramp. Oh, da. Mega Ramp All Time. Ah, hier mit Zeiten und so. Hä, lol, krass. Was? Das ist ja die übelste Rampe. Gibt's da auch eine Serverrangliste? Warte mal. Mega Ramp All Time. Mit dem... Okay, das scheint das beste Auto zu sein. Der Tellio 602 Jet Rescue. Hä, lass mal checken. Ist das ein... Nee. Ja, das ist ja safe ein Hot Wheel, oder? Warte mal, gibt's den hier den... Hä, ich hab jetzt den Namen schon wieder vergessen. Äh, äh... Nee, muss ich nicht, ne? Das muss ein normales Auto sein. Ah, hier, Quarter My Last Race. Acht. Hä, ist ja voll schlecht. So, wie komm ich jetzt... Ah, muss ich hier jetzt rein, oder wie? Ich glaube. Okay, dann spawn ich mal mein Hot Wheels Auto. Würdest du ein Rennen, Alter? Ja, ich will aber erst mal gucken, wie ich hier einsteigen kann, dass ich selbst mal das Auto fahren kann. Ich mach Rennen gegen den Polizisten, Alter. Ach, Airport. Press Q. Hä? Alter, das ist voll... Das ist voll. Das ist fette Rennen. Mega Rampe, will ich. Hä? Ich hab Mega Rampe gestartet, die will join. Ich weiß nicht, ob mein Auto einfach kein Lenkrad hat. Hatte ich ja das ein Lenkrad, hä? Nee. Ja, du bist doch auf dem Beifahrer. Ich versuch die ganze Zeit auf dem Fahrersitz, als ob ich bin in einem anderen Auto. Ja, so stark... Mega Rampe, 6 von 3. Rutsch doch mal, ich komm nicht rauf. Ich kann nicht rutsch, das ist einer hinter mir. Hä, aber ich hab irgendwas gestartet, aber jetzt geht's los, Alter. Cool, jetzt bin ich auch mit drin. Mega Rampe? Ja. Okay. Spiel... Ah, jetzt geht's los, Alter. Mega Rampe. Ho! Ich bin gespannt, ey. 5 von 3 sind wir. Oh nein. Du bist nicht mit drin, leider, ne? Alter, wie ich die abziehe am Start, lol. Was ist das? Turbo oder was? Oh, da. Hä? Wie kann ich bitte verloren haben? Ich war mit Abstand der Erste. Komisch. Hä? Hä? Ich glaub, ich hab irgendeinen technischen Fahrfehler gemacht. Ich glaub, man darf ja nicht so heftig abheben. Roger Dodger gekauft. Was heißt Advanced? Was weiß ich, Leute. So, lass mal hier rausgehen. Wir spawnen jetzt den Roger Dodger. Mal sehen, ob der noch schneller ist. Wo haben wir den? Äh. Okay. Jetzt muss ich ihn erstmal finden, Alter. Hä, Roger? Ah, da war er doch, oder? Ah, hier. Der Roger Dodger. Alter, der sieht auch absolut heftig aus, Ego. Oh mein Gott. Lass mich auch auf den Beifahrer. Lass mich auch auf den Beifahrer. Das ist das Problem, weil ich auch gerade... Okay. Ich mach jetzt mal das andere Rennen hier. Viertelmeile. Okay. Machst du mit? Äh, ich müsste erstmal aus diesem Event, glaub ich, raus. Aber ich weiß nicht, wie. Ah, hier Quarter Mile. Hä, aber das sind ja Backzeiten, oder? Die haben eine Millisekunde gebraucht. Ach nee, oder? Kann das sein? Ich bin jetzt auch mit drin. Aber wir sind zu zweit drin. Nice. Eins gegen eins. Oh, du bist hell, du bist schnell. Ja, aber jetzt hast du mich überholt. Mein anderes ist schneller. Hä, aber wie haben die das bitte in einer Millisekunde geschafft? Ja, ja. Back. Wahrscheinlich. Vermutlich, ja. Oder es gibt wirklich ein Auto. Es kann halt sein, dass es wirklich ein Auto gibt, weil es so schnell ist. Weil die haben alle das gleiche Auto. Ich glaub wirklich, dass das eine Auto so schnell ist. Erzähl das nochmal, checken wieder, wie wir das bekommen, dieses eine. Wie hieß es nochmal? Mal gucken. Oh, weiß ich gar nicht mehr. Quarter Mile Last Race habe ich nicht abgefettet. Wir müssen mal gucken, was die Rangliste jetzt hier tauscht. Da kannst du mal schauen, was hier das teuerste Auto ist. Der Edison Roadster. Nee, nee, nee. Das war nicht der Edison Roadster. Der hieß anders. Ach, mit einem Flugzeug vielleicht oder so. Aber mal. Wie heißt das Ding? Telio. Okay, wir suchen mal. Telio. Nee. Telio. Nee. Okay. Also hier gibt es kein Telio. Ah, doch hier der Telio. Ah, das ist ein Helikopter. Das scheint es schnell zu... Alter, den muss ich mir kaufen. 800.000. Wie viel Cash habe ich denn? Wo sehe ich denn das? 500.000. Alter, ich brauche gar nicht mehr so viel. 800.000, Alter. Warte, wenn ich mir im Event das jetzt verdiene, dann kriege ich ja genug. Okay, lass mich mal eigentlich jetzt erwischt. Okay, pass auf. Ich muss jetzt im Event dieses Geld verdienen. Und dann... Dann kann ich mir das schnellste Fahrzeug, glaube ich, kaufen, was es gibt. Geil, oder? Bist du das? Ja. Bist du überhaupt losgefahren? Ja. Ich habe ein langsames Fahrzeug als eben gerade. Es sah nicht so aus, als ob du losgefahren wärst. Trackmaster war uns ordentlich auf eine Chance geschafft. Ja. Aber mein Progress steigt halt wirklich fast gar nicht mehr. Also bei dieser Rennstrecke steigt mein Progress auch nicht. Aber bei der Rampe schon. Ach, vielleicht dann nur bei der Rampe. Lass nochmal Rampe machen. Äh. Hupsala. 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 Zack. Mega Ramp. Da habe ich gerade verloren. Gegen so einen Lambo, Alter, von irgendeinem. Aber ich habe übrigens genug Geld. Ich kaufe mir gleich den Helikopter. Diesen Ultraschner. Uuuh. Ja, ja, ist okay. Was macht das hier eigentlich? Dieser Boost. Ah, I see my Progress. Ah, jawoll. Alter. Das noch einmal, da kriege ich den Cash-Bonus. Hä, drückst du direkt los? Ja. Also ich, ja. Ja. Ich fahre so verzögert los. Und denke ich immer so, hä? Verzögert, also vor dir oder nach dir? Nach mir. Ja, bei mir fahre ich vor dir los. Ach so, ja, dann ist das leck. Ich habe mich schon gehundert, hä? Oh, komisch. So, okay. Äh, wir kaufen uns jetzt mal. Hier, lass uns mal checken. Wie ist dieses Ding? Telio. Okay, wir gehen in die Helikopter hier rein. Searchen Telio. Jawohl, Alter. Ja. Mein erster Helikopter, Alter. Oh mein Gott. Kriegst du da auch Geld fürs Fliegen oder was genau passiert da? Wie hebe ich ab? Ah, Shift. Bebo, geh weg, ich muss abheben. Tut mir leid. Kann ich? Wie gehe ich aus meinem Auto raus? Nein, warum nicht in der Rennstrecke? Na, der ist aber... Es scheint irgendeinen Bug mit dem zu geben oder so. Der ist schon schnell, aber... Aber der hat jetzt auch nur 180. Also der ist langsamer als ein Auto. Ja, ne? Ja, lass mal ein Wettrennen machen. Ich will mit dem Helikopter Wettrennen machen. Okay, kannst du mit dem Helikopter auch in diese Rennstrecken rein? Ne, das ist selbst, das hätten die ja nicht den Rekord damit. Es gibt eine gute Nachricht ohne eine schlechte Nachricht. Die gute ist... Ich weiß es, was die schnellsten Autos sind. Die schlechte Nachricht... Ich wurde eingesperrt, während ich die Autos gesucht habe mit Nandi. Ja, ne? Breakout. Wieso ist der Alarm an? Ich bin doch gar nicht draußen, ey. Ach so, ich muss das Ding kaputt machen. Kaputt, kaputt, kaputt. Die Trumpasorgen kaputt schlagen. Los! Jawoll! Raus! Evo, ich brauche ein Fluchtfahrzeug. Ja, ich muss erstmal... Ach, das ist das Gefängnis. Ich habe eine Route zu dir. Oh ja, hier komme ich raus. Ja, ich bin draußen. Okay, ich bin auf dem Weg. Ich habe keine Haare, unerwarteten Bulle. Warte, ich kann mir selbst ein Auto spawnen. Wir müssen abzüchten, Leute. Hier, mein Schnellstes. Let's go! Steig doch ein, du Duli. Oh Mann, immer dieses... Oh, da kommen zwei Polizisten. Ja, ich kann nicht fahren, ey. Komm her! Der komische Bus, Alter. Ja, los, let's go. Ich surf. Ja. Hau da ab, alle Polizisten! Weg hier! Warte mal, ich will mal kurz suchen. Und zwar heißt das Ding Superbill. Das ist Superbill-Act. Das ist sogar relativ günstig. Die sind richtig schnell, Ben. 1,6 Millionen. Das ist die schnellste Karrenspiel. Die schießen mich an. Ich brauche 1,6 Millionen. Cash. Wir müssen zur Bank. Oh! Die Polizisten haben mich gerade fast getötet. Können wir uns verstecken, Alter. Ich werde hier auf der Karte angezeigt. Verdammt, Nummer. Ich muss weg. Alter, hör ab, Bro. Jawohl, ich werde nicht mehr gesucht. Puh. Und jetzt ab in die Rangliste auf Platz Nummer 1. Passt auf. So, wir müssen zuerst Schwung holen, natürlich. Der braucht ziemlich lange zum Beschleunigen, Alter. Das ist ein langsamer Opa. Ein Opa? Das ist ein Opa-Auto. Das ist auch das schnellste, aber gleichzeitig auch ein Opa-Auto. Ja, nice. Passt auf, hier haben wir Schwung. Und jetzt go. Geht ein bisschen Torbo am Anfang. Lädt sich ja wieder auf. Okay, let's go. Das war noch nicht die richtige Zeitmessung. Oh nein, als ob dieses nervige... Die nervige Rampe, Alter. Jetzt Torbo durchdrücken. 265. Das ist nicht mal ansatzweise genug, glaube ich. Warte, lass mal checken. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, die Autos noch weiter zu tunen. Ja? Klar, die sind übel schnell, Alter. Das ist geil. Warte mal. Nice, habe ich den Polizisten kaum sehr viel gesucht. Safe kann man die tunen. Das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button für einen neuen Part Autosimulator. Abonniert meinen Kanal kostenlos und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benzern. Ciao. 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 . Ciao. 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 . Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020